Die heutigen Intralogistik werden nicht nur verbunden, sondern auch ein erhöhtes Level der Automation. Linde Robotic Trucks helfen, eine graduale Entriebe in die Welt der Zukunft zu erreichen. In der Lokimart-Tradfahrt Linde hat Linde gezeigt, wie schnell dies erreicht werden kann. Was wir hier heute sehen, ist ein typisches Arbeitsspiel, bei dem wir versucht haben, eine klassische Kundensituation nachzustellen. Sobald die Palette aufgesetzt ist, wird sie zum Zielplatz gefördert. Dabei erkennt das Fahrzeug, dass der Einlagerplatz noch nicht frei ist. Hier wird in einem Zwischenschritt dieser Platz erst frei geräumt und abschließend die Palette am Ende der Fördertechnik in das soeben frei geräumte Regalfach eingelagert. Unsere Kunden schätzen insbesondere die Flexibilität. Die Fahrzeuge navigieren komplett frei im Lager, ohne Reflektoren, ohne Botenführung. Zweiter Aspekt ist natürlich die Flexibilität auf den Einsatz bezogen. Wir können Fahrwege und Routen frei definieren. Sie sind sehr schnell und sehr leicht änderbar. Orientierung der Fahrzeuge durch die innovativen Geo-Navigation ist ein spezieller Vorteil. Und es ermöglicht eine einfache Installation. Um Geo-Navigation in den Fahrzeugen zu realisieren, wird zunächst der Einsatzort des Fahrzeugs gemappt. Der Fahrweg ist definiert und das Ganze funktioniert natürlich auch sehr schnell und sehr zügig. The flexible adaptability of the trucks is another important aspect. An Installation is something absolutely individual. It's based on customer needs and requirements. We can start from a simple transfer and extend it with several trucks at the end. The trucks are equipped with a 3D camera, security scanners, sensors and a host computer. The smart safety system allows a perfect cohabitation with operators. It means the system can be switched manually by simply grab the tiller, but also living perfectly with manually driven trucks. The current range offers 4 trucks. Of course we plan to extend this range by providing a high block stacking machine in order to cover more application for warehouses and industries. The next opportunity for users to see for themselves the benefits of Linde Robotic Trucks is the world of material handling from 9 to 25 May. And in addition to automation, this impressive customer event will also be focusing on other major issues of the future, including networking, customization and energy systems.